Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Trouble in Terrorist Town Zusammen mit Stevie, Flutterfighter, Kasunila, Ataboom, Teddygun, Irex und das war's Nein, der Scroll ist natürlich auch noch mit dabei, mein Target Number One Ach so, ich hab's auch schon wirklich, lol Da war nicht mir eine Runde gefallen Sacha, hat man das überhaupt gehört? Hat sich jemand eingesperrt, ne? Ich gebe da mal die Runde frei Danke Entschuldigung Die war noch gar nicht freigegeben Nein, nein, nein Und wir spielen das dritte Mal die Map und jedes Mal hat Sacha die Anmeldung gemacht Jedes Mal ist ja dran, das ist irgendwie Ihr Timing Das ist mein Map Die Map gehört jetzt ab sofort, Sacha Die heißt ab jetzt, Sascha Mein, mein Sascha Saschas Schaft Saschas Schaft Saschas Schaft Saschas Schaft Oh, ey Sascha Der schießt da Der schießt da Der schießt da Ach so, warum machst du eigentlich? Ist runtergefallen oder was? Ja Wusstest du, was ist? Oder angeschossen von Teddy Da hinten liegen über Leichen Achtung weg da Meine Leiche Überall Leichen Eine Lichter oder was? Rote oder lebendige? Aua! Scroll schießt mich an Warum schießt du mich an, du Vogel? Also, Atta, lebendige Leichen Allerdings hat er mir nur 12 HP abgezogen Von da würde ich den Call of Scroll eventuell nochmal zurückziehen Oh, das ist Call of Scroll, Alter Alter, der Call of Scroll ist das neue Spiel Call of Scroll, genauso scheiß wie Call of Duty, Alter Wow, Heilige Ich bin weg hier Oh, Leute Wow Kasu ist fast tot Atta ist auch schon ordentlich wundet Atta stand da aber Ne, aber der ist gerade erst da angelaufen gekommen Ich glaube nicht, dass der das war Sascha Nein, der stand die ganze Zeit da Das hab ich gesehen Ich bin hier oben, Leute Ich hab mal alles zurück Nee, Sascha kam erst von hier unten angelaufen Komm ich ja nicht irgendwo raus Oder was ist los? Atta verteidigt sich selbst aber kaum Ähm, äh, äh, Sascha Hast du da geguckt, wenn du die Gleise runter gehst? Weil hier kommt ein Flatter hinter dir Ich hab Devi aufgehoben, hab Devi Was willst du von mir jetzt? Was hab ich geguckt? Ja, ein Flatter ist da gerade von dort Oh, Kasu, Alter Ich hol den Devi wieder Heckt mich aber ab, ey Hast du gerade mich abschließt? Dankeschön Nee, ich kann selber nur noch kaum leben Was sollte ich denn da bitte machen? Warum? I- 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 Boah, Flatter Was? Was? Ja, ich hab's ihm gerade zugeguckt, wie er noch belebt hat Und dann will ich ihn auch nicht weg und dann Also war Atta wirklich Traitor? Ja Oh Das war ne Scheiß-Traitor-Wunder, ey Ich hätt's doch eigentlich schon früher schießen können Wieso steht man zum Kopfschuss denn nicht mehr, bitte? Ich fand keinen Weg nach draußen Weil das TTT ist und nicht CS, mein Freund Vom Atta sagt noch, ne? Vom Atta sagt noch, er holt den Detektiv wieder, ne? Ja, das hab ich gerade auch so gewonnen Warte mal, äh, es reviven hier nicht immer Traitor Ich hab auch noch zugeguckt, statt direkt drauf zu lesen Ich hab ihn noch schön zugeguckt, wie er wieder bei mir bleibt Ich muss mal ganz kurz im TS Ding lauter stellen Ding lauter stellen? Ding? Ding Ding Ding? Ding Ding Ding? Du versteckst den Ehering Ich bin nur ein Ding Du hast ein kleines Ding Du bist nicht nur ein Ding, du bist Ey! Die wollte ich auch matter Du bist das Ding Warte mal, darf ich? Warte mal, darf ich? Ne, warte mal, ich hab nur ne Smoke Also wäre Gary, wenn ich in Vollwitzmodus, hätte ich jetzt einfach... Oh my god Ding 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 Ich hab's extra so gemacht, dass keiner runterfallen kann Hey, hey, hey Du hast hier geschossen Ja, ja, das ist Teddy gewesen Ja, ich war beschäftigt mit meiner Disco, ich hab da nichts mitbekommen Oh, hier ist noch ein Schuss Oh, ich wär so gern ein Trader, hier hat man so die perfekten Posey zum Radle zu töten Hallo! 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 Ich bin hier im Knast gefangen Aha Achso Ich wollte mir eine Waffe holen, aber da waren keine mehr drin Ne, lass dir die Türen zurück Oh Gott! Wo sollt' ich? Wow! Okay, Irax ist Trader für mich, das K.O.S. Du schlägst Rekroi, warum tötest du ihn dann nicht? Sorry, Flatter Der hat seinen Trader-Kollegen gerade rausgelassen aus der Gefängnisstelle Ich konnt nicht anders, ich konnt nicht widerstehen Moment, Atta hat Flatter getötet? Nee, Atta und Flatter runtergeschaut Nee, Atta und Flatter runtergeschaut Warum heißt es eigentlich so ähnlich? Atta und Flatter Ja, ne? Das ist mega Das ist auch mega Irax, Irax wurde gerade rausgerufen Irax, wo ist er denn? Ja, ich hab doch gesagt, der ist Trader Warum hast du ihn dann nicht getötet? Warte, ist das... Nee, das ist Atta Flatter? 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 Flatter Hier unten liegt Flatter Atta Fighter und Glatterboom Flatterboom Flatterboom Oder Flatterfighter Flatterfighter Boom Wo ist ein Irax? Ich hab keine Ahnung Ich such ihn Ah, der ist doch Traitor Oben wird rumgeballert Oben Wo denn? Warte, wer ist das? Atta Bei dir oder oben irgendwo? Irax hab mich unten Stevie, Stevie ist der André Stevie ist der André, der hat seinen So nicht Stevie, ich seh dich So nicht Stevie Mann, ich lauf die ganze Zeit hier über die Map rüber und finde keinen Track Hier unten, komm mal runter hier Atta Ja, wo ist denn unten? Hier ist der Starter, komm mal zurück Nee, ich lauf jetzt hier links Hier, hier, hier Stevie ist der Letzte Der ist da unten hier irgendwo Ich muss, boah Ich bin fast tot Und ich hab Irax Leute, da hinten ist er Hier unten drin Und ich hab den Kuchen abbekommen, ey Ui Ich hab nur noch Kekse Oh man Da hab ich Ich hab nur noch Kekse Da hab ich Rechts toll wärs Boah, Atta minus 12 Punkte läuft bei dir, ey Hahahaha Hahahaha Hat so? Hahahaha Hahahaha Ja, da ist das nun mal Wenn man sich gegen, gegen nen DT verspürt DT, Vorsicht, das ist ne Granate Schade, ich bin ein bisschen Granate gewesen, gut Ich bin jeweils interessiert, ich hab niemanden geheilt Schau mal wieder doch Sascha? Hä? Nein Oh, da ist aber Was ist los? Das denn? Scroll Ernsthaft? Nee, dieser falle ich hier nicht runter Hast du sie wie jetzt eingesperrt oder was ist los? Nein Nee, du hast ihn gehandkauft Nein, kann gerade keine Pfaff auf sein Ah, du bist schon ein Arschloch, Alter Wer ist denn hier? Nee, nee, nee Ach, Irax Okay Das ist wo? Hey, steht da neben dir Da ist der Creeper Oh, lol What the fuck? Alter Nein Das war ein Viruslach, Alter Soll ich dich entkaffen? So Ist das nicht eh nach ne gewissen Zeit? Ja Der ist halt schon gefahren Dann kann man ja drauf gewollen, ne? Mh Sascha Mh, mh Oh ne Ah, äh, äh, äh Alter, äh, äh Alter Traitor, Boy Komm, es gibt nicht so viele Schrotzen hier Nimm mir die nicht weg Doch genau die will ich haben Granate Nein Weg, weg, weg Weim stehen Nein Sascha ist Traitor Nein, bin ich nicht Ich will nicht Sascha ist Trader mit Ansage. Weißt du, wo du veranachtest? Nein! Du elender Penner Sascha, so nicht! Wo ist jetzt deine Leidenschaft? Hier bei mir! Ja gut, kannst du mich bitte kontrollieren? Sascha! Du bist so lange entkommen! Das war so ein ganz schlechtes Timing. Ich dachte nicht, sie scrollt weg. Nein, meine ich. Und dann entkommt er mich direkt. Oha! Wow! Da bin ich endlich mal Traitor und damit so eine Kacke, ey. Oh, musst du ein bisschen weinen Sascha. Ja, leichter Anfall von Mimimi und naja. Alter, du mit Minus 6 Punkten brauchst mal hier gar nichts Sorgen, bro. Hä? Hä? Alter, die Shots, die Shots, die sind rein hier gerade, ey. Aber es werden weniger. Es werden weniger. Ist Stevie gerade beim Vorhaben gestorben? Nee, der hat ja gerade Minus 6. Ja, ist doch egal. Oh Leute, nee, ist nicht egal. Es hat ja schon angefangen. Nee, wir müssen auf dem Ferry noch. Ja, wir nehmen schon auf. Achso. Ja, ja. So. Echt nehmen wir schon auf. Alter! Was ist denn los, mein Sohn? Schlatter bist du? Ah, nee, da ist er. Ja, muss ich bleiben, wenn du mein Vater wärst du? Das war dangerous. 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 Alter, könnt ihr mal mit den Discos wieder aufhören? Alter, warum ist Atta fast tot? Weil ich gerade eine Disco gekriege habe und durch die halbe Welt geflogen bin. Oh, das ist natürlich. Boah. Atta hebt ab. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Zeltina am Boden. Peter, über dir, über dir. Was? Äh. Autsch. Hier liegt ne Tode. Oh nein, ich war alles. Ami durch. Was ist das? Ich identifizierung. Ich identifizierung. Identifizierung. Atta war Trader Innocent. Oh Gott. Trader Innocent, alles klar. Ja, dass du ne Mischung warst. Äh. Weil. Falsch an. Achso. Oh. Leute. Alter, schreibe ich doch nicht so. Ach, scheiße ey. Wenn man das einmal gehört hat, dann gehts immer wieder weg. Oh. Ja. Äh, hier. Äh, äh, blöd. Äh, äh, blöd. Äh, äh, blöd. Ach, Leute nun. Oh, der DT. 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 Na, Flutter hat es keinen Medikit oder sowas dabei? Wo ist er denn jetzt? Sascha? Ich knall dich ab. Nee, lass mal. NICHT SELT DICH AM LEBEN. NICHT SELT DICH AM LEBEN. Hör vorsicht bei dir steht da. Das IREX. Ja, ich weiß. IREX, aber der kann eh nicht schießen. Das ist ja okay. Ich glaube, Stevie ist gestorben. Nein. Inactive ist tot. Ich hab wieder Fallschaden kriegt. Jetzt hab ich noch weniger ab, ey. Bist schon Spezi, Alter. Buh 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 buh. Das ist wie. Stevie und Casimila laufen gemeinsam rum. Oh, wie? Ja. Ah, das macht er schon. Was haben wir? Stevie. Ihr lauft gemeinsam rum, ohne auf jemanden zu achten. Das ist schon so. Ja, das macht mich auch ein bisschen nervös. Eigentlich. Wollte ich noch mal sagen. Hör vorsicht, Creeper fährt rum. Aha. Was? Wer kommt das? Welche Creeper? Wenn der Creeper cool ist. Ich kann mich ja verstehen, dass man bei Minecraft nicht über die Toilette springen kann, aber hier. Was ist das, Heidi? Was ist das? Oh Alter. Caso bei mir, Caso bei mir, Caso bei mir, Caso bei mir, Caso bei mir. Discos, ey. Mungelon. Habe ich gemacht. Da ist irgendwas geworfen. Habe ich gemacht. Ja, ne Düsseldorf. Ja, ne Düsseldorf. Cool, ne Matala. Sascha. Diesen Spruch sag ich gern. Fuck, hier Dinger rechts, 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 rechts. Ja, ich verspring's Kopf. Alter, was ist denn hier los? Kraso, Liederschutz weg. Aua. Ne, scheiße, jetzt habe ich Dandy weggeschossen. Nein. Wer ist denn jetzt Traitor? Oh fuck. Ich sag bloß, du bist auf Toto Noob. Alter, Popster. Wird nicht grad Car zu gesagt? Ja. Fuck ey, Mann. Sorry Teddy. Irix, warst du auch noch Traitor? Ja. Jawohl. Da habe ich beide ein Heady geklicken. Oh ne. Weil ich nur grad was in den Traitor-Shop schreiben soll. Traitor-Shop. Traitor-Shop kann man aber nicht schreiben. Traitor-Shop. Traitor-Shop habe ich gesagt. Traitor-Shop. Oh, das war ein bisschen zu heiß für dich, wa? Ach, Mann. Oh Mann, da habe ich Teddy weggeschossen. Kacke. Ich dachte mir, das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Kama, 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 kameleon. You come and go. You come and go. Okay, wir merken alle, dass wir nicht musikalisch sind. Überhaupt nicht. Ey, Popster schon hört. Ja, ich bin ja klar runtergesprochen. Warum habe ich eigentlich Kamerans? Jetzt bin ich eigentlich hier, nice. Oh nein. Da ist wieder hier. Das war 100 pro Flatter. Das war 100 pro Flatter. Der hat gesehen, dass ich da lang gelaufen bin. Hab mich bloß versteckt. Ich riskiere es einfach gleich, weißt du? Er schießt, er schießt, er schießt, er schießt. Er schießt, er schießt, er schießt, er schießt, er schießt. Er schießt, er schießt, er schießt, er schießt, er schießt. Ich habe noch Flatter erschossen. Flatter erschossen. Ich habe ihm wirklich eine Headshot gegeben, obwohl er weggesprungen ist. liebe leute weil ich auf mich ich habe das gefühl sascha ist der andere ich glaube ich muss gerade hart weinen gar nicht er lebt so wie er darf aber nicht quatschen er lebt wieder ja er hat mich aber spielt kein ttt mit uns ouch weiß ich doch nicht leute verteilt euch mal ein bisschen dass der trader hier ein bisschen mehr ruhen kann nein darfst du nicht schreiben erst mal nächste runde wieder leute ihr könnt übrigens in den nether ich hatte das tor damals vorhin aufgemacht damals war alles besser deswegen ist es saschas map der hat damals den nether aufgebaut kaum sag ich das sind alle im nether wie stellte er gerade so schön vor dann ist sascha wahrscheinlich trader nein man da war der nether und knallt er alle weg weg damit dann kann das schon mal nichts Charity ich crow war nicht zur tor das scroll heute ist ein guter ttt mach mir schade schieße ich alter ja ja kazu das hätte ich die irex nicht noch rennen gekillt wär das ganz anders das namen wurde gerufen falls ihr das gehört habt so ich tue dich jetzt mit dem magneto stick mir schiebe ich nämlich ganz doll in deinen mund wow hey das ist übereinander gebackt neeeeen ja schiffst du in den irex weg der hat ihn jetzt abgeknallt wof 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 für alle exaktes in Ordnung ich habe es ja schon getötet du musst dir das Lachen auf gewöhnen wer lebt eigentlich noch wir müssen uns mal ein bisschen unterhalten Steve wie geht es dir denn heute auch muss so mein Sohn wir unterhalten uns jetzt einmal ok wie geht es dir heute ok reden wir jetzt alle wie Sasha ich finde den Wegzeugen dass der unschlecht hin nein such ihn auch lieber nicht du guckst du guckst in die andere Richtung ok dreh dich um ihr Name wurde ja ausgerufen ja dankeschön scheiße Alter was ist geil ist ja nicht so was wir erst hatten aber gut Alter hat mich überholt sag mal rein nur weil ihr Trader war scheiße stecke ich hier mit meinem Kopf in dem Hinter von Irix das geht ja gar nicht ich muss das Lachen verkneifen oder hast du nicht gut geschafft Junge ich habe es gemerkt ja aber warum ich hab dir doch nur ein Handy gelegt ich hab dir doch nur ein Handy gelegt schmerzt doch mal alle leise dann ist ja nicht feierlich Alter wieder du Eno wie ich das sehe so ein Scroll der 16 mal pro Runde Traitor ist ja 16 mal pro Runde glaub auf jeden Fall ja oder Sascha der 12 mal Traitor wird der kann das ja einstellen der kann das ja einstellen ach du ich hab mich nein das war der Creeper Sascha ich war mir so oft Traitor das nervt so ja ich weiß ich bin schon wieder Traitor Alter hast du mir nicht Ich töte einen Traitor und werde töten. Was? Aber warum hast du mich getötet? Was? Ich hab einfach auf irgendeinen Kopf geschossen. Da stand Irex. Bei jedem stand Irex. Irex. Er hat den Irex-Hack. Nein! Hör Gottmuss an. Kopenrad und Viere. Das ist Qualität, die ich liebe. Echt jetzt? Atta! Die beiden hier. Atta oder Scroll? Einer von beiden wird sein. Atta, ich guck grad nach. Atta war's nicht. Ja, ich hab kleiner getötet! Nein! Kasui, warum bist du hurt? Weil ich runtergesprungen bin. Ach so. Sie springt runter. Alles hält sie am Boden. Lass dir, wie fühlt sie sich sicher? Ja, warum? Treppen benutzen, wenn man sprengen kann? Oder geht das? Nein, natürlich. Geht so viel schneller. Nein! Es geht schneller, tut zwar weh, aber geht schneller. Mann, Teddy! Der schießt sich gleich! Aua! Da ist Teddy runtergefallen. Flotter, wolltest du grad die Traitor-Fallende aktivieren? Ich weiß auch nicht, ob du die Traitor-Fall sind. Keine Ahnung, ich bin kein Traitor. Du redest nicht zu schwer aus. In der letzten Runde habe ich auf eine zufällig die Briefe abgeführt. Ich habe schon inspektiert. Es waren Atta und Scroll, die sich gebrüht haben. Ihr Streithilien gespürtet. Da. Ey, was the fuck ist mein... Mein Spray ist nicht zu sehen. Ich habe sie an die Wand gesprayt. Ey, Alter. Einfach meins über... Geht gar nicht. Das ist tote Strafe. Meins geht immer noch nicht, Alter. Was machen wir da? Jetzt wird er eskaliert hier. Wer war das? Das wäre jetzt gerade echt ein guter Zeitpunkt dafür, aber... Ja, jetzt nicht mehr. Kasumina ist die einzige, die ein bisschen abseits steht, aber... Ja, weil ich Angst habe. Abseits zählt nicht. Teddy wirft mir eine Granate hier rein. Wenn es eine heilige ist, ist es Teddy. Boah, Leute. Das ist nur eine normale Disco. Ich mag Discos. Boah, Leute. Alter, das war mega knapp, ey. Du bist so rumgeschossen. Du bist so rumgeschossen. Du bist so rumgeschossen. Du bist so rumgeschossen. Ich sagte, er ist nicht funny. Hä, hier wurde mir gerade einer... Der hat gerade auch noch geschossen oder ich? Wieso wird mich in der Wand einer ange... Oh, man verstehe. In der Wand wird einer angezeigt? Ja, bei mir wurde in der Wand einer angezeigt. Gibt es ein Traitorum? Ne, ne? Ah, lol. Nein, wer war denn das jetzt? Ich habe nicht aufgepasst. Ich auch nicht. Scheiße. Ich denke, Stevie hat einen Dead Ringer. Ach, der Vogel, ey. Wenn Stevie noch lebt, ist es Stevie. Wo ist denn der? Alter, ich musste nachladen. Stevie, immer reloaden vorher. Oh mein Gott. Ist halt Atta, nächstes Mal. Ach, dein Schicksal tut mir sehr leid. Aber, bitte, bitte, lässt du uns nicht nachleid. Du hast mich angeschossen, nachdem ich nicht geschubst habe. Ey, ich habe wirklich Damage gekriegt, Atta. Und durch die Fackeln hier kriegst du kein Damage. Das habe ich schon gekriegt. Deswegen ist er auch in letzter Zeit so wenig online. Er muss immer bei McDonalds die drei Stunden da... WLAN schnorren. Was? 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 Auch schon wieder DT, was soll denn das? Wieder, ey, normal. Alles gleich, wir haben erstmal unser Irax hier getötet. Warum ich? Hallo? Achso, da war das. Pass auf, ich habe eine Schrotzflinte. Eine Schrotzflinte? Du hast heute auch Namen dafür, Alter. Schrotzflinte, Schrotzflinte. Ich bin höher, hat dich in eine Runde gefallen. Was? King of Grung? Hier hat er wohl geschossen. Grung? Ich habe nicht geschossen. Irax hat auf dich geschossen, ich habe es gesehen. Das war ein Shotgunschuss. Auf wen? Ja natürlich. Da kann ich treffen. Verdammt, normal. Alter, wir haben einen Ausschlag, die Waffe. Hä, das ist die beste Waffe der Welt. Nein. Alter, das ist ein Ausschlag von da oben. Die wird geschossen. Alter, ist da unten. So, jetzt leg ich los. Sascha? Ich körperlich. Hallo, kannst du mal wieder aufreißen? Ist du tot? Ich schutz dich doch nur. Ich schutz dich doch nur. Ich schutz dich doch auch, was du hier anveranstaltest. Ja, scroll. Warum bist du gehört? Weil ich runtergefallen bin, das habe ich gerade am Anfang gesagt. Oh. Schau mal zuhören, Sascha. Kann ich runtergefallen bin? So, ich habe einen Trailer gekillt. Nice. Wer war's? Teddy. Lies doch mal, Junge. Da ist jemand runtergefallen. Der hat runtergefallen, man hat die Schüsse gehört scrollen. Du bist das locker. Hey, hier ist wirklich jemand runtergefallen. Ja, komm her. Du hast bestimmt ein Radar, du weißt, wo ich bin. Ja, ich habe ein Radar, aber ich sehe dich nicht. Ah, was denn? Warte mal mit dem Radar. Ja, aber der weg. Look, da bist du nämlich. Hallo. Das ist ja... Geh weg, scroll. Ich habe ein Radar. Willst du meinen Melan-Launcher schon sehen? Guck hier. Wo ist das? Hä? Hä? Guck hier! Oh mein Gott! Guck mal! Da ist... Da ist mein Baby. Scroll, ich falle dich direkt preventiv weg. Meine Runde ist sowieso im Marsch. Oh! Schlag auf Karsu. Boah. Was? Ja, ich bin kein Traitor, weil ich will wenigstens die Runde nochmal gewinnen. hier. Ich kann ja nicht verlieren gegen hier so jemand wie Flatter. Oh! Oh! Beef! Beef oder was? Beef Turkey. Cool. Beef, 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 beef. Hier liegt die Leiche von Atta. Da ist gerade der Flatter dran vorbeigelaufen. Flatter blieb mich mal wieder. Flatter tönen. Eirex, warum hast du gerade die Leiche von Atta nicht identifiziert? Welche Leiche von Atta? Ja, hier. Ist ganz gerade... Hier liegt sie. Bist dran vorbeigelaufen. Hört ihn doch einfach. Du stehst. Hä, ich will gar nicht von daher kommen, ne? Nee, du willst dann... Flatter bei mir, Flatter bei mir. Okay, nein, vergiss das. Ich nehme die Anschuldigung zurück. Dankeschön. Was ist das für ein Flatter? Flatter kann so gut sein. Flatter? Flatter verfolgt mich. Ja, ich kann doch weggehen. Ja, du hast gerade nicht geredet. Du warst gerade höchst verdächtig. Kasu, lebst du noch? Ja. Okay. Alter, scroll auf meine Bullshit. Wisst du das? Sascha redet mit sich selbst, Jungs. Verschreck mich nicht so. Scroll auf meine Bullshit. Ich schieße dich gleich weg. Warte. Die Punkte sind mir mittlerweile egal. Warte mal, warte mal, warte mal. Hierbleiben. Ich, anscheinend jemand. Flatter, Flatter, ich glaube Flatter hat... Flatter hat, glaube ich, eine mit Schalldämpfer. Kann das sein? Hier unten wurde auf mich geschossen. Okay. Ah! Und den Täter Schalldämpfer, gell? Ja, du hast eine M4 mit Schalldämpfer, ohne Schalldämpfer. Ah. Was ist das, Sascha? Ich weiß nicht, er hat... Irgendjemand hat auf mich geschossen. Ich weiß noch nicht wer. Mit einer Mac-10 oder sowas. Ja, das hat Irex. Hä? Ich hab mich geschossen, Mann. Irex, Irex ist Trader. Ich denke, Irex ist Trader. Was ist das los, Junge? Irex ist Trader. Ich kam von oben, aber Kopf hoch, ne? Ah, Irex ist Trader. Ja, dann bin ich ein Trader, und? Ja, dann bin ich ein Trader, und? Das ist sehr wichtig, wenn es verspacht. Ich glaube, es war ein Geständnis, Sascha. Ja, genau. Wahrscheinlich. Alter, Skrull, du willst mich zu Minuspunkten dringen. Das soll schon töte ich ihn. Dann töte ich ihn mal. Da steht er doch vor deiner Nase. Darf ich wirklich? Ist das denn nicht ein Befehl? Ne, ein Befehl ist es nicht. Du hast einen eigenen Willen, Junge. Rechne mit den Konsequenzen, wenn es ein Random Pill ist. Man muss der Polizei folgen. Man muss der Polizei den Befehl in Folge leisten, hat es geheißen damals. Guck mal, wie die alle wieder mich auffolgen. Weil ich nichts gemacht hab, ne? Ja, nichts. Weißt du, was ich dazu sag? Ja, du bringst mich um. Nee, 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 komm. Heb ab. Ich zeig dich am Boden. Ich zeig dich am Boden. Das ist behindert, ey. Wir warten jetzt einfach, wir warten jetzt noch 36 Sekunden, und dann ist eh die Zeit. Stimmt, dann kommen wir ja sowieso erstmal überhaupt gucken, ob es Nachspielzeit gibt. Oh mein Gott, Nachspielzeit im Fußball. Aua, ich war da geschossen. Ja, natürlich. Ich loll. Ohohoho. Was nen Hedda, Alter. Das war ich sogar. So kann nur ich zählen. Das scha? Ja? Ach, das machen wir keine mehr. Okay. Gut, liebe Leute, das war's dann. Wir danken hiermit für das Zusehen. Schaut bei den anderen vorbei. Die Links findet ihr in der Videobeschreibung. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao! 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 Vielen Dank.